Und willkommen zurück bei Let's Play 5 Days A Stranger. Es wird gerade spannend hier beim Showdown. So, hier ist niemand. Kann ich den Skull jetzt vielleicht mal nehmen? Ach, wieso gehe ich eigentlich nicht direkt zu diesem Idol? Ach ja, ich rede gar nicht so lange vorab. Ich starte einfach direkt. Ich hätte mich jetzt oben noch weiter umgucken können, aber ich möchte jetzt doch erstmal zu diesem komischen Ding gehen. Soll ich das nochmal anfassen? Broken Bell Jar. Looks like someone been doing a little tidying up. Na, geiler Scheiß. Okay, das hat jemand angefasst dann, oder nicht? Achso, jetzt, ich wollte Fernseh gucken. Aber, äh, soll ich Fernseh gucken? Ich versuch nochmal Fernseh zu gucken. Die Foe Manor. Die Luxurierous Country Home for a respectable actress, to creative a family. Oder die eerie Home of a dark and fathourable secret. Wait, have so many people disappeared around the manor? What did happen to Sir Roderick LaFoe and his teenage son? Is there really some kind of ghostly horror lurking in the basement? All this and more on the haunting of the Foe Manor. Tonight at 9 only on BBC2. Now. Aha, toll. Also müssen wir heute Abend um 9 Uhr mal Fernseher machen. Ach ja, schön. Okay, wir müssen die beiden finden. Vielleicht verbarrikadieren sie sich irgendwie oben. Mal gucken. Ich höre schon wieder dieses Flüstern. Also es sind die Stimmen in seinem Kopf, ja? Okay, hier ist nichts. Mal gucken, wo wir hier. Bade Zimmer. No one in here either. Oh nein, wieso hört die Musik auf? Warum, warum macht der... Oh nein, ich habe Angst. Trilby. Simon, bevor du nichts sagst. Ich weiß, dass du wirklich nicht killst Philipp oder AJ. Du hast? Nein, die bringt mich um. Die hat's angefasst. Ich dachte, du wärst mir aus dem Schad. Ich habe ihn wieder gesehen. Wer? Der Körger. Der Mann in der Weldingmaske. Ich habe ihn auf dem Schadern gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Und ich kann nicht Jim finden. Simon, you have to listen to me. The ghost. Oh, shut up about your ghost. This isn't a ghost. It's a regular flash-and-blood-psychle. Speak of the devil. Do something. Oh, scheiße, scheiße. Was soll ich denn machen? Äh. Äh. Nein! Nein! Was soll ich denn machen? Ja, der ist ja lustig. Da. Äh. Zu spät. Ja. Hm. Hm. Zum ersten Mal gestorben. So, habe ich denn jetzt die Krawatte schon wieder um? Ja. Habe ich das denn schon benutzt? Nein, habe ich noch nicht benutzt. Okay. Hm. Weiß ich ja jetzt, was zu tun ist. So, dann gehen wir mal. Obwohl, ich glaube, ich sehe mir trotzdem noch eben schnell die Nachrichten nochmal an. Einfach so, damit auch im Spiel die Informationen gegeben sind. Oh, dann gehe ich direkt nach oben. Ah, das finde ich so gruselig. Ich könnte auch mal nach oben gucken, ob, äh, das Bild von seiner Frau sich verändert hat. So, rein aus Interesse halber. Rein aus Interesse halber ist das korrekt ausgedrückt. Nein, ich fürchte nicht. Aber egal. So, mal eben nochmal die Glotze einschmeißen. Bla, 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 bla. So, und ab geht's nach oben. Und da muss ich abspeichern. Ich darf nicht vergessen, abzuspeichern. So, dann gehen wir mal hier kurz rein, Bildchen gucken. Ist bestimmt auch anders. Ne, ist gleich geblieben. Okay, das hätte, fände ich jetzt cool, wenn es sich auch geändert hätte. Ähm, so. Showdown. Speichern. Na, können wir eigentlich überschreiben, ne? So, ich glaube, ich muss an dem Teppich ziehen, wenn der da drauf steht. Ist mir nur zu spät eingefallen. Wo ist nur jeder? Äh, wo ist nur... Trilby, Simon, bevor Sie etwas sagen. Ich weiß, dass Sie es nicht getan haben. Ach, wissen Sie? Blablabla, bla, 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 bla. Bam! Oh mein Gott, Jim! Äh, ja, hallo, was habt ihr denn mit dem gemacht? How is he? He's awake, he's fine. Doesn't remember anything, just like I didn't. Look, I only sort of half believe this possession thing right now. But in the absence of the better suggestion, I guess I'm going along with it. Have you been going over those books I was carrying? Yeah, and some texts on the occult. Apparently, if he wants to destroy this thing, we have to get the spirit back to its old body. That little ma, bla, 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 bla. Still, we have to find the body first. And to do that, we have to know who the ghost is. I've been thinking about this, and I have a fairly workable theory. Yes, I've a couple of ideas about it myself. Right, well, the ghost has something to do with the disappearance of Roderick and Matthew Defoe, right? The deaths and disappearances all started after that. Agreed. So, what do you think? Ah, so, mal eben noch mal anders hinsetzen. Entschuldigung. Ach, so, Füße mal lang machen. I think Sir Roderick... I don't think Sir Roderick's wife died naturally. I think Sir Roderick had more than one son. Sir Roderick absolutely killed Matthew and disappeared actually. I think Sir Roderick had more than one son. Yes! Because of what I read in Sir Roderick's diary. Exactly! He makes references to some monster he had created, and he doesn't mean Matthew. And Matthew talks about another boy in the house, a boy behind the kitchen's door. Those manacles indicate some... Someone was kept and prisoned in the basement. Where do you think this other son came from? I want to hear what you think first. I think Sir Roderick fathered a loved child while in Africa. I think Sir Roderick had an affair just before Belinda died. I think Sir Roderick fathered a loved child while in Africa. The evidence doesn't support that. No, I guess it was that African elder throwing me off. I think Belinda the forgave birthed a twin the night she died. Verdammt, ich hab's gewusst. Oh yes, I see, where are you going? I found Belinda's death certificate. She died about twenty minutes after Matthew was already out. I think it was the second son that died her in. Sir Roderick went practically insane with grief, blamed the poor kid for her death, kept him locked in the basement, refused to even acknowledge meant his existence. Can you imagine what that must have been for a boy, growing up in a filthy grotto like this kind of animal given, no education, no love, the boy would be completely retarded and insane. He probably couldn't tell the difference between one person and another. That's why they kill absolutely everyone who enters the house. He thinks they're all Sir Roderick, come to torment him some more. But what happened on that day, fifteen years later, when Sir Roderick and Matthew disappeared? You found their corpses in the basement, so they were obviously murdered. Question is, how and why? From the basement, Sir went mad and tried to kill him. Maybe someone found Autobot him and killed Sir Roderick. Also, I have managed to escape from the basement, went mad and tried to kill him. Sir Roderick went mad and tried to kill him. Yes, remember in Sir Roderick's diary in the last entry? He talks about destroying the monster. He must have gotten really drunk and it being the anniversary of Belinda's death didn't help. He went down the basement and beat the poor kid to death. Half to death. Matthew found the body afterwards and tried to bandage him up. Matthew wasn't the sharpest tool in the box. His brother lived on for a bit longer. Long enough to get a mask and majet and to kill both his father and Matthew. Then he must have just died of his wounds. Jesus! And we're going to try to destroy this ghost! None of anything would happen to him. What little mind he has, all we has now is, if we don't kill him, he'll kill us all. There's no reasoning with him. I suppose you're right. It's very sad, really. What will you do now? I'm going to find his body. Then I'm going to figure out how to bring his soul back to it and destroy him. Well, let me know if I can be of any help. I will. Good luck. Thanks. Tüss. Ja, meine lieben Freunde der Sonne. Die Ereignisse haben sich hier überschlagen. Wir wurden vom guten Jim angefallen. Den haben wir ausgetrickst, weil er wahrscheinlich auch dieses Idol, diese Figur angefasst hat, würde ich sagen. Und deswegen ist der böse Geist in ihn reingeschlüpft und wollte uns umbringen. Oh, jetzt können wir ja mal mit ihm reden. Mr. Trilby. Yes, Jim. Can I ask you a favor? Sure. I still have the mask and the apron and the knife from last night. Could you take them and throw them away for me? I really don't like having them around. Sure. Thank you. No, thank you. Jim. Yes. What happened last night exactly? Well, me and Miss Taylor were in the living room. Then this big man entered in a mask and tried to kill us with a big knife. We were able to get away, but then we heard Mr. Hardy screaming. Miss Taylor taught me to wait here. A bit later she came back and told me that it was you in the mask. I didn't really believe that. She went off to keep guard or something. Then I went into the truffle room and found this wooden doll thing on the floor. Next thing I remember, I was in the bathroom and my head really hurt. Did I really try to kill you? No. But something did through you. I don't like this place anymore, Mr. Trilby. You and me both. How are you feeling? My head still hurts a bit and I feel a bit woozy. Apart from that, I'm fine. See you later. Okay. Was ist das denn hier? Ach, die Schürze, die Maske, das Messer. Ob das so schlau ist, das hier bei mir zu tragen? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, wir müssen also den Körper finden jetzt. Tja, wie machen wir das denn? Ich hab doch nix von dem. Ich hab doch gar nix von dem Typen. Tja. Was tun Sprachzeus? Was? Wo ist denn das jetzt hin? Jetzt so blank, Canvas? Hm. Wieso ist denn das jetzt weg? Verstehe ich nicht. Äh, ja. Hm, der liegt hier noch. Ein bisschen aufgeschlitzt. Hier ist auch nichts Neues. Ähm. Ja. Ich guck mal weiter. Oh, was ist das denn? Da liegt doch jetzt was. Was ist das? A dresser is kisser. Na? Friemel, friemel. So, Schere haben wir. Hm. Ich muss überlegen. Simon. Trilby. How are you feeling? I feel a lot better once we get out of this madhouse. You need to find the ghost originals body. Then I find a brand new soul back it. Then I destroy the body. Ach so, wenn's nur das ist. You seem to find the bodies in the basement all right. Maybe you should use the same keen body hunting abilities to use then. There's bound to be a few texts on the subject in the library. Hm. Back he'll be undead. What if I assume. I have no idea. Maybe the summoning books in the library. Okay, also ich muss in die library gucken. Krieg ich ja wohl hin. Aber erstmal gucken wir nochmal wieder ein bisschen Fernsehen, oder? Budget. We can go now to the Peter Dolch reporting from the gates of the Faux Manor. Over the last couple of hours, a large number of police cars have gathered around the mansion's grounds. I'm not exactly sure what the official position is. I have heard a reference to a hiker hearing suspicious noises coming from the mansion over the last couple of nights. What's happening there now, Peter? Well, since I arrived here, there have been three attempts to break down the front doors. All unsexu... Unsex... Unsex... Unsexful. Blah. I understand the authorities are still waiting to hear... Getting hold of the key. The Faux Manor is of course reported to be the last known location of missing newsreader Seaman Taylor. Afraid. Ja, schön. Okay. Wir haben aber nicht alles wieder gekriegt, oder? Naja. Hm. Ich muss mal eben was ausprobieren. Haha, no. Hätte ja sein können. Kann ich die nicht verbrennen? I'm sure I can think of use for that. Also, in keinem. Hm. Use das bis das. Das? Nein. Okay. Okay, hier gibt's noch nichts wieder. Ach, es ist ja schon wieder soweit. Ich muss ja den Part wieder beenden. Hm, hm, hm. Ja. Meine lieben Freunde der Sonne. Wie die Zeit vergeht. Der Part ist schon wieder vorbei. Und deshalb würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dieser Folge und schaut euch auch meine nächste Folge wieder an. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen und sage einfach, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. 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 Tschüss.